ok da kann ich nicht lang ich gehe mal wieder hier zurück vielleicht finde ich ja irgendeinen schlauen Weg ja hier blockiert, das war wohl zu erwarten wie er mich anguckt ach da ist der Dock ok da ist erklärt einiges ja also müssen wir doch da hoch, aber da ist ja nichts Mensch ich bin wieder viel zu blöd zu dumm zum kacken wenn ich ich kann doch nicht mal da rein ich meine diese Spinnenweben hier in den ähm was ist das überhaupt keine Ahnung Schächten Abluftschächte oder so aber ich muss da irgendwie ich probiere es mal mit einem Gleitritt falls das irgendwie geht nein das war ja ich dachte mit linker Maustaste kann ich so ein Gleitritt machen aber scheinbar auch nur wenn das angezeigt wird oder so oder so mit leer und dann und dann ne scheinbar nicht dann muss ich vielleicht irgendwie kann ich da oben hin da ist ein Abluftschacht vielleicht könnte ich da ja irgendwie durch und käme dann irgendwo anders aus was sagt mir denn die Karte hm die sagt mir nichts ach vielleicht kann ich von hier oh Gott ich bin so blöd ja es tut mir leid aber da ist immer noch Gift ich sehe vielleicht noch ein anderes Teil irgendwo ja wahrscheinlich da hinten dann gehen wir mal auf die Seite aber jetzt können wir doch bestimmt da runter oder ah siehste das ist wohl so ein Gleitritt ok aber das sieht mir immer noch Giftiger aus da unten das ist mir immer noch Giftiger ma ohi das war aber knapp ok zeig dich ha hochsicherheitstür blockiert ja ich würde ja gerne da runter aber das ist wohl äh giftig ne hm hm ähm den können wir erstmal zu ach ja da ist er ja hochsicherheitstür er macht es doch wir sind gemeint aus bleibt wohl immer noch nicht ha mal was soll denn der kack jetzt her ja da sind ja auch noch so äh ja was ist das Kabel keine Ahnung die müssen ja auch noch irgendwo hinführen Seil miteinander verdrillte Naturfasern aha können mit dem Batarang durchtrennt werden ah ne das war ja wahrscheinlich wegen dem ähm Typen der da dran hing warte jetzt können wir ja sicher schon mal da unten hin oder perfekt so so kann es sein dass hier jeder Ventilator einen so einen Kasten hat was ist das überhaupt Extractor Kontroll irgendwas Punkt Extractor Kontroll Punkt so dann bleibt ja da hinten noch einer der müsste dann ja auch irgendwo so ein Teil haben komm schwing dich hoch ach der müsste eigentlich in diesem Haus da drin sein oder in diesem Raum nenn ich es mal ach ja jetzt kann ich auch hier unten hin ja da ist er auch schon hey komm alle drei Ventilator sind aktiv wir haben volle Klappen der Raum sollte gleich leer sein na also na schon bitte komm dir dann rechtzeitig das nächste Mal Cash erschieße ich dich und hab's endlich geschafft so ähm ich zeig euch das mal kurz hier wenn es interessiert kann auf Pause machen ich lese es mir nachher mal durch und falls ihr den hier auch nochmal sehen wollt und den hier und den hier und den Joker und Batman und den und den und den hatte ich den schon? egal aus Sicherheit und das ist ein Tonband glaube ich nein das ist kein Tonband hier könnt ihr euch auch mal durchlesen so jetzt ist hier äh das Ziel markiert ah ja genau jetzt müsst ihr nämlich da rein gut ich hab keine äh ich hab keinerlei Zeitgefühl wie lange wir schon gezockt haben jetzt also ich nehme jetzt grad am Stück auf deswegen kann es sein dass wir uns nicht verabschiedet haben hab ich die Intensivbehandlung verlassen ich hätte schon dafür gesorgt dass der Freak bleibt wo er hingehört ja cool okay dann ähm können wir jetzt auch die Tür benutzen hoffe ich wo ist sie denn da ist sie ja jetzt ist sie plötzlich offen gut diese Tür können wir auch benutzen hey wow das ist hier äh wie ein Augenarzt kennt ihr das? D O Y kannst du das immer noch erkennen hier? hör mal hör mal naja komm ach okay Bezeugungsangriff oh okay das ist wohl so ein äh incredible Typ oder doch nicht ach ich glaub die können mir gar nichts tun ich stand ja grad die ganze Zeit da drin die tun mir nix aber sie geben mir Punkte wenn ich sie töte also von daher ähm ich glaub ich schon ist da lang exakt hey okay was haben wir denn hier? hör mal Trophäe hör mal komm wir hier hin ah hier sind wir wieder in diesem komischen Waschsalon ich glaub das ist krankenhaus oder so halt keine Ahnung was das ist da wollen wir aber nicht hin Frame lag jetzt müssen wir nach rechts glaube ich ganz genau alle medizinischen Fachrichtungen und bieten eine große Auswahl an medizinischen Tick-Tack-Einmeldung jemand kommt hier nicht lebend raus ja sie sind in Sicherheit Batman wir haben noch ein Problem das kommt hier jemand nicht lebend raus meine ganzen Forschungsnotizen sind da wir können nicht riskieren dass die Joker in die Hände fallen es ist nicht sicher Doktor die Insel ist Kriegsgebiet sie hätten keine Chance das ist mein Lebenswerk du hast wirklich nicht die Berechtigung ich bring sie dahin Batman wenn du mich fragst ist es an der Zeit mich zu revanchieren das gefällt mir nicht aber wer hat den Fahrstuhl gerufen wir waren das nicht er kommt aus dem unteren Stocksatz jetzt wollen wir wieder zerquetscht werden immer Fahrstühle traue ich nicht mehr in diesem Spiel alle anderen gehen in den Beobachtungsraum und verbarrikadieren sich der Boss sagt er ist irgendwo hier drin schwärmt auf die haben Waffen oder? die haben Waffen ach nicht schon wieder ok wir müssen uns mal grad der Taktik überlegen dafür stoppe ich kurz die Aufnahme und sehe uns wieder äh sehe ich euch gleich wieder ja so gut da bin ich wieder das kann ich nämlich nachher was rausschneiden wenn das nicht funktioniert aha gut wo sind denn die Kasarlackenschweine da hinten ist einer den könnte ich doch mit dem Gleitritt jetzt fällt er da runter verdammt ach scheiße ahhh na das wird wie nix na das wird wie nix oder etwa doch was ist mit dem? der ist jetzt tot vom Gleitritt oder muss ich den noch ne der ist tot ok ja das hat doch gut geklappt holprig aber gut ja ab in den Fahrstuhl ok ok einmal rum habe ich mir zwar ein bisschen anders vorgestellt aber hat dann im Endeffekt gut geklappt wieso sollte ich diese Wand sprengen ich kann doch auch außen rum gehen naja wie auch immer ich glaube der Aufzug ist der ganz oben ne der ist hier ne ja der ist hier ja ja komm ich gebe mir noch ein paar Punkte perfekt gut also Aufzüge mag ich nicht in diesem Spiel das ist mir nicht ganz geheuer ja vielleicht denk mal drüber nach ich hab nicht in einer kleinen Metallkiste eingesperrt die ungünstige Weiße über einem tödlichen Abgrund hängt sag ich's doch soll ich die Notbremsen lösen und dich wie einen Sack Welpen fallen lassen ja dann wäre das Spiel ja schon vorbei sag gute Nacht Betz ich hasse Aufzüge oh ok ich hab noch ein paar Überraschungen für dich auf Lager bereite dich darauf vor dich deinen Ängsten zu stellen aber solange sie keine Waffen haben meine Ängste ach ne komm er will mich jetzt vergiften ok ok Wirst du den Hut vor Harley ziehen, Bats? Wirst du den Hut vor Harley ziehen, Bats?